München trifft und wir steigen direkt in die Aufzeichnung ein. Und jetzt kann man es nochmal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Eine wirklich schöne Aktion, da konnte der Schütze seine Qualitäten unter Beweis stellen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.